Moin Moin, herzlich willkommen in unserem Ferienhaus Ferienunterrät in Ostenfeld bei Huse. Wir machen heute eine kleine Home-Tour. Wir haben jetzt gerade Februar. Ihr seht, es ist nasskalt. Es fängt auch gerade an zu tröpfen, von daher möchte ich ganz schnell mit euch ins Haus. Wir kommen hier in den Flur und vom Flur gleich geht's rein in das erste Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist ausgestattet mit einem Bett 1,80 m breit und wir haben hier Abdunklungsmöglichkeiten und Fliegengitter für die Fenster. Vom Flur aus geht es dann in den gemütlichen Wohnbereich mit einer großen Sofa-Landschaft und einem großen Smart-TV. Hier seht ihr einen kleinen Kaminofen für gemütliche und wärmende Stunden nach langen Spaziergängen mit euren Felschnauzen. Ja, und hier ist der große Essbereich, an dem ihr alle ausreichend Platz finden werdet. Und die sehr gut ausgestattete Küche. Ihr findet hier Kühlschrank mit Gefrierschrank, natürlich eine Geschirrspülmaschine und Kaffeemaschinen. Auch eine Senseo ist da. Also eigentlich alles, was das Herz begehrt. Wir gehen jetzt weiter in den Wellnessbereich über einen kleinen Flur. Hier seht ihr das große Duschbad. Von hier aus geht es dann in die Sauna, wo bis zu sechs Personen locker Platz haben. Ja, und jetzt möchte ich euch gerne noch den oberen Bereich zeigen. Gehen wieder zurück in den Flur und über die geschlossene Holztreppe laufen wir dann nach oben. Hier sind Kleiderschränke. Hier ist nochmal eine kleine Sitzecke, falls jemand sich mit dem Buch zurückziehen möchte. Und nochmal der Blick auf unseren Ententeich. Kommen wir in das zweite Schlafzimmer. Doppelbett, 1,60m breit und wiederum mit TV. Und das dritte Schlafzimmer, auch mit dem 1,60m Bett und einem Fernseher. Und zum Schluss noch das Duschbad, Toilette, sodass man nicht immer nach unten gehen muss. Ja, ich würde mich freuen, euch hier als Gäste begrüßen zu dürfen. Wenn ihr Fragen habt, kommt bitte sehr gerne auf uns zu. Bis ganz bald. Ciao. Ciao.